Hallo, ich begrüße euch auf meinem Kanal GillesWelt aus Gifhorn. Hier ein paar kleine Eindrücke von der Umgebung und Gifhorn. Ich hoffe, es gibt euch einen kleinen Überblick. Viel Spaß! Ausflug an den Bernsteinsee, nähe Gifhorn. Hier ist scheinbar gerade nicht so der Betrieb. Das sieht alles sehr still aus. Hier ist auch ein Fahrradverleih. Hier ist auch ein interessanter Kinderspielplatz, wie das aussieht. Trümdischpfad, Volleyballplatz, mit schön weichem Sand. Und hier hinten ist der See. Gerade Lieferung, deswegen ist es so laut. Das ist der Asencafé. Und der See. Grille-Merklichkeiten. Und Röhr. Und das alles in Strandnähe. Wir sind jetzt an den Tankumsee bei Gifhorn. Hier ist Gastwirtschaft, ein Campingplatz, Imbiss, Tennis, Fußballplatz und vieles andere mehr möglich. Sogar für Rollstuhl. Sehe ich eine freundliche Rampe hier gezeichnet. Also auch Rollstuhlfahrer. Willkommen! Sogar ein Badesteller für Hunde ist ja gedacht. Segelboden. Das ist die Vorsaison. Nicht selber laufen, aber schönes Wetter. Das ist die Vorsaison. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Heute soll ein schöner Tag werden und wir sind heute bei dem Hotel Isetal, Restaurant und wollen da auch baddeln gehen, Bootsverleih, verschiedene Boote. Das ist noch in G-Form. Man hört die Straße hier leider, aber trotzdem schön gelegen. Und dahinter ist der Bootsverleih. Hier ist auch hinten noch eine Terrasse mit schönem Schatten und der Bootsverleih. In den Ferien könnte ich mir vorstellen, dass hier auch reger Betrieb ist. Selbstbedienung, großes Festzelt für größere Events, Zusammentreffen, Reise- und Öffnungszeiten, wenn das interessiert. Online oder telefonisch in der Saison zu empfehlen. Ab 10 Uhr jetzt geöffnet, die Selbstbedienung und Bootsverleih. Und jetzt geht es mit dem Tretboot. Das sind die Bauten vom Mühlenmuseum. Das kann natürlich, wenn ich jetzt rück links hineingekippen würde. Das ist eine Attraktion. Es dreht sich schon schön durch den Wind hervor. Das ist schon ein Polo. Jetzt stehen wir noch 1.5 Uhr. Ein Tretboot in Seenot. Das ist nicht so schön. Das liegt mit dem Auto, wo es ganz anders ist. So, hart Steuerbord. Steuerbord ist ziemlich rüber. Müsste anders. Weiter, weiter. Ja, geht auch, wenn du willst. Genau, so. Ordnung, wieder viel gerade halten. Kurs halten. Und fertig machen zum Ramp. Der Besteuerbord. Spanische Windmühlen. Mit dem Sancho Panze. Jawoll. Jetzt kommen sie. Da vorne ist der Zufluss. Spanische Windmühlen. Untertitelung des ZDF, 2020